herzlich willkommen wir wollen heute mal mit euch über ein bisschen was ernsteres reden ihr werdet ihr schon gesehen haben wieder der kanal noch der kanal banner noch auf facebook videonamen oder die videonamen wir heißen nirgends wo mehr das film wie wir vorher hießen sondern der film dialog jetzt genau das hatte nennen wir es mal rechtliche gründe wer viel aber es war eine namensdoppelnennung mit einem anderen content produzenten der zwar über einen anderen sagen wir mal vertriebsweg raus bringt aber trotzdem wollten wir sowohl für uns als auch für diejenigen ein doppelnennung vermeiden ich meine jetzt haben wir das problem nicht und die nicht perfekt aber was hat sich geändert gar nichts wir machen einfach kann endlich vorher weiter nur dass wir jetzt vielleicht ein bisschen aktueller sind wir haben ja die ganze zeit noch videos die an den sonntagen auskommen die haben bis dezember das sind alles aufnahmen vor der gruppe 19 pandemie also im märz und das was wir jetzt machen soll nicht aktueller sein magus machen mehr einzel reviews über uns war darauf wir sind mal so große film diskussion zu machen wird ja am besten eigentlich auch noch ankommen auf dem kanal über so wie es am anfang war so ganz ganz am anfang die netflix diskussion solche sachen so was halt einfach große themen reviews auch kommt bald auch wieder was neues wir machen das erstmal so dass es erst samstags jetzt kommt aber sonst dass die neuen sachen sonntag unsere alten sachen die wir auch so durchziehen werden und in europa ja auch wenn da die videos noch anders heißen ist damit auch vollkommen egal alles andere ist anders also man kann uns nicht mehr verwechseln genau ihr kennt uns ihr kennt unsere qualitäten also ja bleibt uns toll empfehlt uns trotzdem euren freunden und oder eurer mutter erst da wir sehen uns bei der nächsten review bei der nächsten diskussion was auch immer wir bleiben am ball und bis dann 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 bis